In der 76. Spielminute, 1000 Zuschauer, natürlich eine fast gespenstische Kulisse und nach diesem Rempler gibt es einen Elfmeter für die bedauernswerten Gastgeber. Ja, wenigstens ein Treffer, ansonsten ist San Marino bei allem Respekt natürlich der Punktelieferant in dieser Gruppe 6. Deshalb darf man das Resultat der Österreicher in keinster Weise überbewerten. Der Treffer durch Andi Selva, es war die 80. Minute, danach änderte sich nichts mehr, aber immerhin es war der zweite Sieg für Österreich und ein Unentschieden.